Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 90 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Zahnpasta. Nee, M hoch zwei. Koffeinhaltiges Mate-Getränk mit Minzgeschmack. Schmeckt wie Zahnpasta. Und 24 Milliliter Koffein pro 100 Milliliter Flüssigkeit. Ja, tatsächlich schmeckt so wie Zahnpasta. Ich hatte ja, ich glaube, die habe ich gekauft. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich hatte so gehofft, dass die so wieder Ständerschluck schmeckt, aber nee. Und das war ja auch einer mit Minze. Ich mag die ganz sehr gerne Minze. Also nicht Zahnpasta oder Kaugummi. Finde ich ganz okay. Aber es gibt bessere. Ja. Mag ich aber lieber als diese Gummibärchensaft, wie du sie mir nennst. Also ich finde den mit Minze jetzt schon arg gewöhnungsbedürftig. Aber geht schon. Hast du ein Fenster offen? Nee, ich habe kein Fenster offen. Aber hier ist ja, ich wohne ja hier an einer sehr großen Straße, wo nachts auch illegale Autorennen gefahren werden. Ah. Und dann sind da natürlich die Leute mit ihren dicken Motoren, die dir dann auch gerne mal auffallen lassen an der Ampel. Und die Ampel ist halt direkt, also ich wohne hier direkt in der Kreuzung und da ist halt die Ampel und da geben sie dann halt Gas. Ja, verstehe. Ich habe auch schon mal, ich habe an das Amt für Verkehr und Wirtschaft geschrieben, dass die hier mal bitte einen Blitzer aufstellen, Geschwindigkeits- und Rotblitzer, weil die auch sau oft welche über die Ampel fahren. Ja. Und ich auch schon zwei, dreimal fast umgefahren wurde. Ja. Und irgendwie würde ich mich freuen, wenn da so ein Blitzer stehen würde. Das kann ich verstehen. Ja, ich habe jetzt gesehen, am Jungfernstieg, da steht jetzt auch ein Blitzer, da sind ja auch gerne die Leute etwas schneller unterwegs auf der kurzen Strecke mit ihren Ferraris und Lamborghinis. Direkt am Jungfernstieg vor dem Apple Store. Genau. Ja, okay. Und da steht jetzt ein Blitzer, also auf der anderen Seite, nicht auf der Apple Store Seite, sondern auf der Alster Seite. Ja. Da habe ich heute ein Blitzgerät gesehen. Ja, verrückt. Ja. Ah, wie sieht es eigentlich mit deinen Vorsätzen aus? Haben wir uns lange nicht mehr drüber unterhalten? Das stimmt. Ich fange morgen wieder neu an. Also tatsächlich habe ich, jetzt wo es so schön warm war, habe ich mal meine im Herbst gekauften kurzen Hosen angezogen und festgestellt, die eine passt mir ganz gut. Die saß im letzten Herbst locker. Und die andere, die ist mir zu eng. Und deswegen muss ich jetzt wieder verstärkt Diät machen und werde das einfach wie gehabt mit Slow Carb durchziehen. Ich bin sehr motiviert. Aus vielen verschiedenen Gründen. Abnehmen ist nur einer. Ich hatte in den letzten Wochen immer wieder irgendwelche Magenprobleme und ich hoffe, dass die damit auch wegnehmen. Abgesehen davon fühle ich mich irgendwie nicht so wahnsinnig gut. Und auch das hoffe ich jetzt durch Nahrung beheben zu können. Okay. Und deswegen mache ich wieder Slow Carb. Abgesehen davon. Du machst das ja immer so Stückchenweise. Du machst keine Ahnung, zwei Monate und dann hörst du wieder auf. Genau. Im Grunde schon. Also eigentlich ist der Plan, das dauerhaft durchzuziehen. Aber ich bin halt meistens zu faul und verliere dann die Motivation. Und das ist natürlich fatal, weil in dem Moment, wo man die Diät absetzt, wirkt sie halt nicht mehr. Das ist ja ein Dauerproblem von allen Diäten. Ja. Nur Slow Carb hat halt den Nachteil, das ist gesellschaftlich nicht furchtbar anerkannt. Und das ist halt schwierig, auswärts nach Slow Carb zu essen. Oder wenn man irgendwo eingeladen ist. Die ist halt nur ein Steakhaus oder ist halt nur Steak. Ja, das Problem ist, dass das meistens nicht so wahnsinnig satt macht, nur ein Steak zu essen. Also ein Steak mit Salat. Das geht schon, aber es ist, ja. Ich muss mich erst wieder an anderes Essen gewöhnen, damit ich das kann. Der Problem ist so ein bisschen, wenn man keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist ja auch, dass man eigentlich viel mehr essen muss. Und das, ja, das ist halt schwierig. Weil man viel mehr im Restaurant jetzt auch nicht kriegt. Das sind halt, ja, aber das ist, glaube ich, bei jeder Diät so. Wenn du halt irgendeine Diät machst, dann ist halt außenessen schwer. Also wenn du auf Fett verzichtest oder wenn du auf, keine Ahnung, selbst wenn du, wenn du keinen Alkohol trinkst und dann bei Freunden eingeladen bist, ist es manchmal auch schon komisch. Ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich, ich hatte mal einen Kommilitonen und der hat nur Tee und Wasser getrunken. Und das fand ich sehr eigenartig zum damaligen Zeitpunkt. Aber das jetzt durchzuziehen ist natürlich nicht so furchtbar schwer. Ja, also ich trinke ja auch hauptsächlich Wasser. Ja. Und Bier. Ja. Naja, das ist jedenfalls das eine. Das andere ist eben mein Sportprogramm. Ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen. Und werde das auch weitermachen, wird aber auch Muskeltraining wieder beginnen. Ich freue mich da auch schon drauf, weil ich glaube, dass es mir auch guttun wird. Und das Laufen, was ich mache, das ist Zombies Run. Kennst du? Ja, das habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht. Ich fand das ein bisschen seltsam. Also es war lustig, aber seltsam. Also man geht laufen und man sagt, glaube ich, ich möchte halbe Stunde laufen oder so. Und dann wird einem über diese App halt eine Geschichte erzählt, warum man denn läuft. Und dass man halt irgendwie vor Zombies wegläuft und dann muss man irgendwelche Sachen einsammeln. Wobei dann die Strecke ist egal. Also du kannst halt deine normale Stammstrecke quasi laufen. Die App sagt also nicht irgendwie, jetzt bitte links abbiegen, weil von rechts kommen die Zombies. Also das geht halt immer nur geradeaus quasi. Ja. Aber dann heißt es, oh hier, du hast ein Medipack gefunden oder jetzt musst du mal ganz kurz super schnell sprinten, weil hinter dir sind mehr Zombies als gedacht und die sind schneller. Genau. War, fand ich ganz lustig, aber ich habe das dann auch zwei, dreimal gemacht und dann war mir das doch irgendwann zu blöd. Naja, ich finde es jedenfalls ganz gut und ich habe mich zu dem Virtual Race angemeldet, was jetzt im April stattfinden wird. Und da gibt es jetzt zwei Pre-Missions für, also zwei Missionen, die quasi in der Geschichte vorher spielen. Und die bin ich jetzt beide gelaufen, die sind jetzt gerade die vorletzte und letzte Woche erschienen oder irgendwie so. Und die erste Mission fand ich ganz cool, weil diesmal ist man nicht Runner 5, sondern Rescue 5 und läuft in einem Exoskeleton Suit. Und in der ersten Mission hatte man Drohnen dabei und konnte die, also konnte die natürlich nicht steuern, aber die, mit denen man gelaufen ist, die haben die dann gesteuert. Und dann hat man damit irgendwie die Mission geschafft und in der zweiten Mission gibt es einen Roboterhund. Und damit hat man dann diese Mission geschafft und in der letzten, in dem Virtual Race, da geht es irgendwie um einen Tunnel, um einen Eisenbahntunnel mit einem Zug drin. Und was da passiert, weiß ich halt auch noch nicht. Die erste Mission fand ich ganz gut, die mit den Drohnen, so zum Kennenlernen von den Figuren, mit denen man da läuft, war das irgendwie ganz cool. Die zweite Mission fand ich so ein bisschen lahm. Was heißt denn eigentlich Mitläufe? Also das sind dann andere Leute, die auch wirklich laufen? Nein, 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 das ist alles virtuell, du hörst ja. Es ist viel gehabt quasi. Genau, es ist viel gehabt. Also du, du hörst halt eine Geschichte, während du läufst. Aber dir wird halt vorgegaukelt, du bist einer von diesem Rescue Team und die laufen mit dir mit und die unterhalten sich dann währenddessen auch. Und das ist schon alles ganz gut. Nur die, also ich hatte bei der zweiten Mission erwartet, dass es quasi einen Story Arc gibt, der irgendein Problem aufweist, weswegen man diesen, diesen tatsächlichen Lauf dann machen will. Ja. Und das gab es halt nicht. Also das dümpelte so ein bisschen seicht vor sich hin, storytechnisch. Und es hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass der Virtual Race sich jetzt gelohnt hat, weil ich habe da irgendwie 32 Euro oder so für bezahlt. Und ich kriege da natürlich dann auch eine Medaille für und ich habe eine Startnummer und so werde ich mir dann alles anpinnen. Und das ist alles, das ist alles dann nicht virtuell, die Startnummer und der PIN. Die kommen in Wirklichkeit. Genau, die habe ich in Wirklichkeit gekriegt. Auch so ein Comic war dabei und ich hätte mir auch für mehr Geld noch ein Shirt schicken lassen können. Das habe ich jetzt tatsächlich bekommen. Und ich habe einen Umschlag, auf dem steht, diesen Umschlag nur öffnen nach erfolgreich beendeter Mission. Und da wird, also es fühlt sich an, als sei eine Medaille drin. Okay. Also ich bin gespannt. Vom 7. bis zum 17. April kann ich diesen Virtual Race machen, so oft ich Lust habe. Und das wird dann auch in irgendeine Bestenliste eingetragen, in meinem Fall wohl eher in irgendeine Schlechtestenliste. Aber da ist dann halt auch egal, ob man das geht oder krabbelt oder ob man vorher angibt, dass man 5K laufen will oder 10K, weil danach richtet es sich irgendwie. Also Kilometeranzahl oder sonst was. Und ich habe jetzt bei dieser Zombies Run App auf dem iPhone, da habe ich einen Makel entdeckt, den man beheben kann. Also mir war immer die Musik an manchen Stellen zu laut. Es läuft ja die eigene Musik währenddessen. Und zwischendurch kommt diese Story-Radio-Missionen. Und ich hätte die Musik halt gerne leiser gehabt, weil ich ständig am Lautstärke ändern war. Und das geht halt während des Laufens, kann man da keine Optionen ändern. Jetzt habe ich aber gesehen, wenn man gerade nicht läuft, dann kann man einstellen, wie laut die Sprache im Verhältnis zur Musik sein soll. Und da bin ich jetzt noch ein bisschen am Experimentieren. Glaube aber, dass so 140 Prozent, also dass die Sprache 40 Prozent lauter sein sollte als die Musik, damit die Musik halt nicht nervt. Ja. Weil ich laufe halt mit abschließenden, also mit mehr oder minder abschließenden In-Ears und die machen halt die Musik ganz schön laut, wenn man sie hört. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so. Jedenfalls habe ich mich über diese Einstellung gefreut. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe das nicht. Aber kann man sich dann noch anmelden für diesen Virtual Race? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn die müssen ja das Zeug auch irgendwie produzieren und verschicken. Ich habe fast die Vermutung, das nicht mehr. Aber ich nehme mal an, dass dieser Virtual Race, nachdem das Event dann durch ist, irgendwie für alle irgendwann zu kriegen sein wird. Nur hat man dann halt die ganzen, die ganzen Echtleben Boni nicht, also eine Medaille zum An-die-Wand-Hängen nicht. Ich glaube, ich finde das T-Shirt am lustigsten. T-Shirts kannst du auch einfach im Shop kaufen, also das ist nicht so schlimm. Ja, aber man will ja auch das T-Shirt dann von dem Race haben oder nicht. Also das ist ja auch, wenn man sich beim Halbmarathon anmeldet, kriegt man ja auch meist ein T-Shirt dazu. Und irgendwie gehört das schon dazu, finde ich. Ja, fand ich jetzt nicht. Also ich habe halt genug Laufshirts und auch genug T-Shirts. Deswegen war das mir irgendwie nicht ein Aufpreis von, weiß ich nicht, 20 Euro oder so wert. Ja, ich habe auch genug Laufshirts. Wie gesagt, von den ganzen Veranstaltungen. Was ich ganz cool finde, ist, es gibt von Zombies Run auch ein Buch. Ein Buch? Ein Buch, tatsächlich. Und das ist so ein Fitness-Survival-Motivation-Buch. Also so ein bisschen Lebensratgeber mit Survival- und Diät-Tipps und so. Und witzigerweise tut es halt so, als würde es in dieser Zombie-Welt spielen. Und das ist, glaube ich, ein ganz netter Ansatz. Und das kostet aber, ich glaube, 70 Euro mit Versand. Und das ist mir ein bisschen viel. Es gibt ja auch dieses, kennst du dieses Buch Zombie-Survival-Guide? Ja, habe ich schon gehört, ja. Das fand ich ja auch ganz gut. Das habe ich ja auch gelesen mal. Nee, das kenne ich nicht. Das ist von Max Brooks, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Sohn von Mel Brooks. Ja, das war ein sehr gutes Buch. Also, ich fand es jedenfalls gut. Mir kommt es gerade so vor, als hätten wir da schon mal irgendwann drüber geredet. Ich glaube, ich glaube auch. Oh, das kostet man, kann man bei Amazon für 1,20 Euro bekommen. Als Echtbuch. Als Taschenbuch, ja. Ist wahrscheinlich gebraucht, ja, gebraucht sehr gut von Midi-Mobs. Ja, ich packe das mal nicht schon jetzt. Zombie. Zombie-Survival-Guide. Da steht nämlich auch so drin, hier, bei was man alles machen muss, bei einer Zombie-Apokalypse. Also, welche Waffen die besten sind und wohin man am besten flüchtet. Dass man vielleicht nicht, dass man große Städte meiden soll und sowas. Okay. Das scheint, ja gut, das ist wahrscheinlich eher virtuelles Wissen, was du nicht wirklich nutzen kannst. Doch. Das braucht man. Wohingegen in diesem Zombies-Run-Buch eben tatsächlich dann auch die It-Tipps stehen und irgendwelche Motivationsgeschichten, die man möglicherweise auch so nutzen kann. Okay. Ja. Ja. Aber du hast gesagt, du bist dann ja eher nicht so schnell da unterwegs. Ja. Richtig. Also, das Schöne an diesem Zombies-Run ist halt, dass man mit dem Intervall-Training ja seine Geschwindigkeit steigert. Und diese Zombie-Verfolgung, die da drin sind, das ist halt Intervall-Training. Und deswegen werde ich da schneller. Aber ich glaube, du bist trotzdem schneller als ich, ne? Wobei, bist du denn schnell? Nein, nee, ich wollte dir einen Tipp geben, wie du auch deine Geschwindigkeit steigern kannst. Und zwar kommt es ja häufig zu so Luftverwirbelungen an den Beinen, die dich abbremsen, die halt so, ja, die halt induzierten Widerstand quasi verursachen. Ja. Das kommt halt durch die Haare an den Beinen. Und da wirst du halt schneller, wenn du dir die Beine rasierst. Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Oder halt mit Kaltwachsstreifen dir die Beine enthaarst. Ja. Das habe ich nämlich heute gemacht. Okay. Und das hat tatsächlich keinen Grund, dass man dadurch schneller wird. Also, ich habe das einem Kumpel erzählt und der meinte, ja, und wie viel schneller wirst du damit? Ich sage, nee, da hat das nichts mit zu tun. Das ist hauptsächlich so, wenn du stürzt beim Radfahren, dann hast du halt keine Haare, die in der Schürfwunde kleben. Und wenn man nach einem Rennen die Beine massiert wird, bekommt. Dann bleiben die dann mit den Fingern drin hängen und so. Genau. Und das ist halt einfach auch angenehmer für die Masseure, wenn die da nicht so einen Pelz massieren müssen. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde das Gefühl von glatt rasierten Beinen auch ziemlich geil. Ja, das habe ich heute richtig auch gemerkt. Der Stoff scheuert halt da dran und das kriegt man normalerweise als Mann eben nicht mit, weil normalerweise rasierst du dir die Beine nicht. Aber ab und an im Sommer mache ich das auch. Also, ich bilde mir ein, dass es dann kälter ist. Das weiß ich nicht, aber tatsächlich, wenn man dann eine lange Hose anzieht, das fühlt sich doch ganz, ganz anders an. Das ist schon seltsam, aber ist halt auch irgendwie cool. Also, auch das Anfassen hinterher ist halt auch irgendwie cool. Also, ich habe das mit diesen Weht-Kaltwachsstreifen gemacht. Ich weiß nicht, du hast rasiert, hast du gesagt? Genau, ich hatte das mal probiert mit diesen Kaltwachsstreifen und das hat mir A zu sehr weh getan und B nicht gut genug funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob es an meinen Haaren lag, aber irgendwie ist da jedes fünfte Haar oder so nur rausgerissen worden. Und die anderen halt nicht. Das ist blöde. Ja, also bei mir hat das ganz gut funktioniert. Ich habe fünf Packungen von diesem Weht-Kaltwachsstreifen heute verbraucht. Aber gerade an den Oberschenkeln hat es nicht so funktioniert. Da muss ich nochmal anders ran, glaube ich. Aber ich kenne das, dass man auch diese Streifen dann nochmal benutzen kann an einer anderen Stelle. Aber das ging halt gar nicht bei mir. Die waren so verklebt mit Hand, da hatte ich einfach, glaube ich, so viel. Ich glaube, das ist auch nicht so. Also, Frauen haben ja durchaus andere Beinbehaarung als Männer. Und möglicherweise funktioniert das bei Frauen einfach besser, weil die nicht so dichtes, dickes Haar an den Beinen haben. Ja, ich will jetzt mal den Rest, will ich morgen mal mit so einem Enthaarungsgel ausprobieren. Mal gucken, wie das klappt. Abgesehen davon finde ich auch, dass das noch viel unangenehmer wird, je näher man der brasilianischen Waxing Zone kommt. Da ist Rasieren deutlich angenehmer. Das kann sein. Aber das wächst dann ja, fängt dann so schnell an zu stoppeln oder nicht? Nö, es geht. Also, auf diesen Kaltwachsstreifen stand drauf, jetzt habe ich einen Monat Ruhe davon. Hast du denn da tatsächlich alle Haare mit abgekriegt? Größtenteils, ja. Das heißt, du hast jetzt auch so Büschel irgendwo. Nee, wie gesagt, ich habe das ungefähr so bis zur Hälfte der Oberschenkel hat es geklappt, dann nicht mehr. Und in den Knien war es auch nicht so leicht. Also, da hat es auch nicht so gut geklappt. Okay. Ja, muss ich nochmal ein bisschen, vielleicht entweder nochmal versuchen oder halt mit diesem Entharungsgel versuche ich das jetzt mal. Ja, ich habe tatsächlich, ich habe es auch mal mit einem Epilierer versucht. Das soll, glaube ich, richtig wehtun. Das tut richtig weh. Vor allen Dingen, weil dieser Epilierer gefühlt nicht nur Haare kneift und rauszieht, sondern auch haut. Und das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also, Rasieren ist auf jeden Fall das angenehmste überhaupt, was das angeht. Und daraus sehe ich mich dann halt auch gerne irgendwie alle fünf Tage oder alle sieben Tage neu, um diesen Schmerz nicht zu haben. Ja. Ich fand das aber tatsächlich mit diesen Streifen nicht so schmerzhaft, wie ich erst gedacht hätte, es wäre. Ich komme nicht mehr aus dem Satz raus. Okay. Also, ich hatte angenommen, es würde schmerzhafter sein, als es denn tatsächlich war. Also, es gab natürlich Stellen, die schmerzhafter waren als andere. Aber im Großen und Ganzen ging es. Ja. Habe ich halt andere Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht habe ich auch einfach einen anderen Haarfuß. Ja. Vielleicht. Oder du bist weichei. Weichei. Nein, nein. Das ist ja wirklich immer ganz unterschiedlich. Also, ich hatte zum Beispiel auch, wie gesagt, in den Knien der Taz hatte richtig weh. Das ging gar nicht. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass ich da halt auch nicht so gut hinkam und dadurch nicht so wirklich hundertprozentig gerade das Ding runterziehen konnte. Ja. Ich hatte halt viele, viele Gründe gehabt. Hast du den von oben oder von unten gezogen? Also, nach oben oder nach unten? Gegen Wuchs oder mit Wuchs? Also, ich habe das aufs Bein geklebt und habe dann beim Fuß quasi angefasst und das dann zu mir hochgezogen. Okay. Ja, alles klar. Also, gegen den Wuchs. Ja. So stand das auf der Verpackung drauf. Ja. Ich habe das so gemacht, wie es auf der Verpackung steht. Voll clever. Ja, ne? Ja. Ja. Was war deine Motivation nochmal? Du wolltest einfach weniger, also du wolltest die vielen Stürze, die du hast, angenehmer überschreiten. Tatsächlich habe ich ja gar keine Stürze mit meinem Fahrrad. Ich kann ja Fahrrad fahren ganz gut. Keine Ahnung. Ich habe das halt im Rennrad-Trainingslager gesehen bei relativ vielen dort. Und das sieht natürlich auch optisch besser aus als so ein Pelz, den ich da hatte. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, probiere es das mal aus, solange es noch nicht zu heiß ist draußen, sodass man nicht den ganzen Tag mit kurzer Hose rumläuft. Ja. Und probiere es halt mal aus und wenn es halt gut ist, dann mache ich das jetzt halt bei diesen Sommer. Und wenn nicht, dann lasse ich die wieder wachsen. Ja. Okay. Ja. Einfach mal ausprobieren. Man muss ja mal auch was Neues ausprobieren. Richtig. Mit anderen Sachen mache ich ja Sachen, die nicht so auf der Verpackung stehen. Aber du kannst doch auf der Verpackung dann auch nachlesen. Okay, die Überleitung ist ein bisschen eigenartig. Holger packt seine Amiibos nicht aus. Und das weiß ich, deswegen weiß ich, dass er auf der Verpackung auch nachlesen kann, was er damit anstellen kann. Ich hingegen packe meine Amiibos aus und deswegen habe ich keine Verpackung mehr. Ja. Ich habe voll viele Verpackungen. Und zwar, ich habe auch noch diese Umverpackung von so Collector-Editionen, wo dann halt so ein Amiibo und ein Spiel drin ist. Da habe ich auch noch die Umverpackung von. Und ich hoffe immer noch, dass sie dann irgendwann ganz viel wert ist und ich die dann doch nicht verkaufe. Aber ich mich dann freue, dass ich so wertvolle Spiele hier rumstehen habe. Ja. Das gleiche mit dem Amiibo, deswegen packe ich die auch nicht aus. Und ich überlege halt, ob ich die entweder jetzt auspacken soll oder ob ich mir so einen Amiibo-Emulator kaufe. Das ist auf jeden Fall die, ich sage mal, kosten... Feurere Version. Nee, eben nicht. Doch. Weil du kannst ja die Amiibos deutlich besser verkaufen mit der Verpackung. Ja, aber will ich sie verkaufen? Nee. Also ich finde es ja auch toll, die auszupacken. Also zum einen den Moment des Auspackens und zum anderen auch den Moment des haptischen Entgegennehmens dieses Amiibos. Ansonsten könntest du dir auch einen Plastikkasten mit einem Hologramm drin kaufen, hast du genauso viel Wert. Ja. Also was das Haptische angeht. Ich fasse sie ja dann auch an. Gerade die Plüschjoshis, die sind schon echt geil. Oder so ein Wolfling Amiibo, der ist schon... Die sind schon echt gut gemacht teils. Also für reine Figuren ohne diese NFC-Funktion zahlst du bei manchen dieser Figuren deutlich mehr normalerweise. Weil die dann natürlich auch nicht in so hohen Stückzahlen produziert werden. Ja, ich überlege jetzt die halt auszupacken, um sie mit dem Zelda zu benutzen, mit dem Breath of the Wild. Weil man da ja dann bessere Waffen findet oder halt auch mit diesem Wolfling Amiibo dann diesen Companion Wolf bekommt, der mit einem dann rumläuft und einem hilft dann die Gegner platt zu machen. Ja, genau. Und den Wolfling, den kriegst du tatsächlich auch nur durch den Amiibo. Alle anderen Dinge im Spiel findest du angeblich auch irgendwo so, aber den Wolfling nicht. Ja. Und wie gesagt, um das jetzt mal zu machen, habe ich überlegt, hole ich mir so einen Amiibo Emulator. Ja. Das sind so... Das ist ein NFC-Gerät. Das ist so eine runde Disk quasi, auf die man bis zu 200 Amiibo-Daten speichern kann. Dazu muss man sich dann noch so ein Amiibo... Also ein NFC-Schreibgerät kaufen für den Mac, das man anschließen kann. Und dann muss man sich irgendwoher die Amiibo-Daten besorgen. Also gedacht in Anführungszeichen ist das, damit man ein Backup seiner eigenen Amiibos macht und die dann zum Beispiel leichter mit auf Reise nehmen kann. Wenn du halt mit deinem 3DS unterwegs bist, kannst du halt dann diesen Amiibo-Chip mitnehmen, statt deine Sammlung von 500 Amiibos oder 200 Amiibos. Und das nimmt dann halt weniger Platz weg. Ja, also meine Idee ist dann halt, von den Amiibos, die ich habe, mir die aus dem Internet dann runterzuladen, damit ich meine eigene Verpackung nicht aufmachen muss. Was dann natürlich auch wieder, glaube ich, nicht legal ist. Nee, wahrscheinlich nicht. So ein bisschen Raubkopieren von Amiibos. Genau, das ist natürlich auch das, ich will nicht sagen, dass mich das jetzt abschreckt, aber das macht natürlich dann auch so ein bisschen das schlechte Gewissen. Ja. Aber die Situation mit diesem Amiibo ist ja auch zur Zeit, dass du die ja eigentlich nur die Doofen kaufen kannst. Also du kannst, keine Ahnung, irgendwelche. Ja, richtig. Du kriegst auch nur die Doofen nachgeschmissen. Alle anderen sind sauteuer. Genau, also normalerweise kosten die ja so um die 15 Euro. Ich glaube, die neuen von Zelda kosten jetzt irgendwie 18. 17 tatsächlich. Also 16,99 ist der UVP von den meisten und der Wächter kostet 22,99, weil der auch größer ist und beweglich und so. Der ist super groß, ja. Und dann gibt es so einige, keine Ahnung, die Wii Fit You Trainerin, die kostet irgendwie, kriegst du für 5 Euro nachgeschmissen. Ja, ich habe meine für 3,5, glaube ich, gekauft. Ja. Ja, ich war gestern, nee, heute war ich beim Saturn, der heute ist ja verkauft auf einer Samstag, Sonntag hier in Hamburg. Und da habe ich das gesehen, dass einige für 5 Euro und einige halt für 20 oder so. Hast du denn den Chibi-Robo jetzt gekauft? Nein, da können wir gleich nochmal drüber reden. Nee, aber ich habe ja, ich habe relativ viele. Also ich kaufte mir diese Zelda Amiibos jetzt nicht irgendwie für 50 Euro bei Ebay, sondern ich gucke halt immer mal wieder, ob sie jetzt irgendwo zu bestellen gibt bei Amazon, Mediamarkt, Saturn. Und letztens gab es die halt bei Saturn wieder kurzfristig und da habe ich mir einmal den Satz gekauft, bis auf die Zelda-Figur. Die gab es da nicht. Okay. Die fehlt mir jetzt noch. Und die ganzen alten, also diesen Wolfling und die alten Zelda-Figuren, auch von der 30-Jahre-Zelda-Edition mit diesem 8-Bit-Link und so, die habe ich auch. Aber wie gesagt, alle noch verpackt. Ja. Vielleicht, vielleicht soll ich sie einfach verkaufen und richtig Kohle scheffeln damit. Kannst du machen. Ja. Brauchen tue ich sie eh nicht. Offenbar nicht, denn sonst hättest du sie ja ausgepackt. Ich habe ja meine Amiibos, auch um sie zu benutzen, habe ich sie sofort ausgepackt. Ja. Jeden einzelnen. Und ich habe auch nur fünf. Ich habe zu viele. Das hat Überhand genommen. Ich weiß es nicht. Ja. Und heute, wie gesagt, ich war bei diesem Saturn und da gab es so ein Spiel, wie heißt das, Chibi-Robot oder so? Chibi-Robo. Chibi-Robo. Da gab es einen Gamecube-Vorgänger von übrigens. Ja. Und da war halt auch ein Amiibo dabei und das ganze Ding haben sie für 10 Euro verkauft. Also es ist ein 3DS-Spiel plus ein Amiibo für 10 Euro. Und da habe ich gedacht, ist natürlich schon günstig. Und wenn Nintendo so eine Special Edition rausbringt mit einem eigenen Amiibo, dann wird es ja auch nicht so schlecht sein. Und dann habe ich mal geguckt bei Metacritics und so und das ist eigentlich eine grottige Wertung, wie so 50er Wertung. Also so ein, ist schon für ein Spiel eine schlechte Wertung. Also ich habe die Demo einfach gespielt. Ich hatte auch mal damit geliebäugelt, mir diesen Amiibo mit dem Spiel zu kaufen, weil das halt ständig zu diesem Preis angeboten wird. Und ich fand halt die Demo ziemlich gut. Also das Spielprinzip ist relativ klar und es sieht nett aus und der Amiibo ist auch ziemlich niedlich so. Aber hast du es nicht gekauft? Nee, es war mir halt nicht wichtig genug. Ich habe immer genug anderes zu spielen und es scheint auch ein Angebot zu sein, was jetzt nicht ausstirbt. Ja. Also irgendwie haben die einfach vier Milliarden von diesen Dingern produziert und du findest sie ständig zu diesem Preis. Ja, mal gucken. Ich überlege mir das nochmal. Aber ich habe es auch, muss ich sagen, bislang immer nur im Internet gesehen. Wenn ich das irgendwo tatsächlich in die Hand gekriegt hätte, dann hätte ich es für 10 Euro wahrscheinlich mitgenommen. Ja. Ich habe mir jetzt auch gerade, muss ich sagen, ich bin ja auch so ein Schnäppchenjäger. Ich habe mir jetzt gerade Mighty No. 9 gekauft. Für 5 Euro. Das habe ich auch. Für 5 Euro für die PS4. Ich für die Wii U. Bin gespannt. Das hat eine sehr mittelmäßige Wertung gekriegt, aber ich dachte mir, für so ein Megaman-Klon, kannst du ruhig mal machen. Ausprobieren ist für 5 Euro auf jeden Fall okay. Genau. Ich habe das auch schon reingelegt. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht. Ich habe es nicht weitergespielt, weil dann Zelda kam. So war das. Also zur Zeit ist es echt so. Ich habe hier alle Konsolen, aber ich spiele halt tatsächlich zur Zeit nur Switch. und jetzt hat sich meine Kollegin, meine neue Kollegin, die wollte überlegt, ob sie ihrer Tochter zu Weihnachten eine Switch schenkt. Also ist noch ein bisschen hin. Und jetzt wollte sie sich meine ausleihen, während ich nicht da bin, während ich im Urlaub bin. Oder sie wollte es eigentlich fürs Wochenende haben und habe gesagt, nee, geht nicht. Und dann habe ich vorgeschlagen, in der Zeit, wo ich halt im Urlaub bin, kann sie die mitnehmen. Ja. Da muss ich mal gucken, ob ich dann das irgendwie machen kann, dass sie dann nicht meine Spielstände überschreibt. Ja, kannst du. Du musst einfach einen neuen Benutzer anlegen. Ja. Du musst auch einen neuen Benutzer anlegen, sonst sind deine Spielstände weg. Ja. Ja. Muss ich mich nochmal drum kümmern. Ja. Naja, auf jeden Fall überlege ich es mir jetzt, dieses N2 Elite Ding zu kaufen, mit diesem Amiibo-Emulator. Was kostet der Spaß und was ... Also es gibt verschiedene Händler. Ein Händler in Deutschland, der kostet 3D-Flashkarten.de, 3DS. Nur dieser Chip kostet da schon 60 Euro und dann nochmal 35 Euro für diesen NFC-Schreiber. Ja. Es gibt aber auch in Ostasien verschickt, dann gibt es so ein Paket komplett für 70 Euro ungefähr. Aber das ist, ja, überlege ich ja, also ich kann das jetzt nicht aus Asien bestellen, wenn ich demnächst in den Urlaub fahre, weil das Covid dann wahrscheinlich ankommt, während ich nicht da bin. Und deswegen, deswegen warte ich jetzt erstmal meinen Urlaub ab und nehme keine Amiibus mit in den Urlaub und werde dann mir das hinterher überlegen, ob ich das Ding wirklich brauche. Ja. Und ob ich dann vielleicht meine Amiibus hier verkaufe. Ja, mal gucken. Jedenfalls die, die so begehrt sind. Ja, die könnten durchaus Geld bringen. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass viele von denen auch wieder aufgelegt werden ab und zu. Also klar gibt es einige, die kriegst du halt nicht mehr irgendwie so ein goldener Mario oder so. Die gibt es halt gar nicht mehr. Aber du brauchst halt auch keinen goldenen Mario, weil der Mario hat halt auch in seiner normalen Farbe diese Funktionen und den kannst du halt irgendwo kaufen. Nein, das geht ja, bei den meisten Sachen geht das ja hauptsächlich wirklich ums Sammeln, dass die Leute, die so viel Geld bezahlen, bezahlen das ja nicht, um die Funktionen zu bekommen. Nee, wahrscheinlich. Ja, also ich, tatsächlich überlege ich die, es ist eigentlich sowas voll fiesig, Sachen normal zu kaufen und dann sehr teuer zu verkaufen. Aber überlege ich diese aktuellen Zelda-Figuren auf jeden Fall zu verkaufen, zu diesen hohen Preisen. Ach, du hast die? Ja. Ah. Bis auf Zelda. Also ich habe den Link, ich habe den, die anderen vier. Okay. Diesen großen Wächter, weil die, die glaube ich tatsächlich, dass die nochmal wiederkommen oder dass halt Nintendo dabei ist. Was sicherlich nicht wiederkommt, sind zum Beispiel diese 30 Jahre Zelda-Figuren. Angeblich ja. Angeblich kommen die irgendwann wieder. Ich habe bei, Moment, bei Red Coon glaube ich, kann man aktuell, also konnte man eine Zeit lang welche bestellen, die für in ein paar Wochen angegeben waren, dass sie kommen würden. Okay. Ich bin, ich wäre da nicht so von überzeugt, dass das wirklich passiert. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Äh, da, tatsächlich. Äh, nee, die, die, Moment. Nee, das ist der Smash, der Smash Brothers Link. Den kannst du für 15 Euro tatsächlich vorbestellen. Es gibt es in zwei Wochen. Ja, den habe ich aber. Das war tatsächlich einer meiner ersten Amiibo. Okay. Diese scheiß Viecher. Es ist, ne, nimmt einfach Überhand diese, diese Viecher. Das geht halt nicht. Ja, einige hätte ich halt auch gerne, weil ich einfach die Figuren mag. Also jetzt den Smash Link nicht unbedingt, weil der hat so einen komischen, so einen komischen goldenen Fuß. Ja. Ähm, aber andere Figuren, die hätte ich halt auch gerne, weil, wie gesagt, ich mag die Figuren und die, die, diese Plastiken sind auch sehr gut gearbeitet. Also, da kannst du nicht meckern. Aber sie nehmen halt Platz weg und sind eigentlich unnütz. Naja, du kannst sie halt in den Spielen benutzen. Ja, ja, es hat wieder Geld, was du ausgibst für ein Spiel. Natürlich, aber da bist du Experte drin. Ne, ich meine, guck doch mal irgendwie in deinen Tisch. Ja, ja, ja. Ja, eigentlich müsste ich den ganzen Spiele-Scheiß verkaufen. Aber nein, das mache ich nicht. So. Und ich brauche einfach, ich brauche einfach einen Spiele-Raum, wo das alles stehen kann. Genau. Ich brauche eine neue Wohnung. Ja. Wie geht's am Garten, Arne? Lass uns da nächste Woche drüber reden. Ich glaube, dann weiß ich zum einen mehr und zum anderen, äh, sind wir auch schon fortgeschritten in der Zeit heute. Okay. Und ich bin müde. Ich hoffe ja, dass ich jetzt bei den nächsten Aufnahmen deutlich fitter bin. Deswegen, weil ich mich viel besser ernähre. Aber ich habe gesehen, ähm, deine Let's Plays sind jetzt online. Genau, richtig. Das ist ziemlich cool. Meine Let's Dies sind online. Und man kann sie jetzt gucken. Die ersten vier Folgen sind da. Und, ähm, es kommen die, alle zwei Tage kommt eine neue dazu. Die zu produzieren ist ein bisschen zeitaufwendiger, als ich gedacht habe. Aber so alle zwei Tage eine, das, das kriege ich schon hin. Ich habe inzwischen neun, zehn aufgenommen. Das heißt, für anderthalb Monate bin ich ganz gut aufgestellt jetzt. Und es werden wahrscheinlich locker über 100 Folgen. Ich bin auch dabei, meine Routinen zu vereinfachen, um diese, diese Folgen zu generieren. Momentan ist das alles noch ein bisschen sehr aufwendig. Ähm, und ich habe festgestellt, dass mein Internet einfach sehr lahm ist, was das Hochladen von diesen Dingern angeht. Und hoffe, dass wir bei der Arbeit demnächst besseres Internet kriegen, sodass ich die da mal eben schnell hochladen kann. Äh, das würde mir mein Leben vereinfachen. Aber momentan habe ich halt nur 10 Mbit upstream. Und das ist echt wenig. Weil das heißt, so eine Folge mit drei Gigabyte, das Größe braucht irgendwie eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ja, das ist scheiße. Das ist ziemlich doof, ja. Da hatte ich auch null Gedanken dran verwendet, als ich diesen Internetanschluss plante. Einfach immer das größte Klingel. Aber die Internetanschlüsse tatsächlich sind in Deutschland auch echt scheiße. Also, den größten brauchte ich halt eigentlich nicht, ne? Ja, aber selbst die größten sind halt scheiße. Also, ich wohne hier in einem der modernsten Stadtteile Hamburgs. Und das Schnellste, was ich bekommen kann, ist 50 Mbit. Und in Frankreich hatte ich in der Altstadt 500 Mbit. Das ist schon krass, ja. Das ist halt eine Zehnerpotenz mehr. Ähm, ja. Und es war billiger in Frankreich. Also, das ist genau das Gleiche fürs Mobilfunk. Also, da werden, also ich will nicht sagen abgezockt, aber wenn man sich anguckt, was selbst im europäischen Ausland, ähm, in ähnlich vergleichbar strukturellen Ländern, also Flächenland wie Frankreich, ähm, bei Internet möglich ist, das ist halt seltsam. Also, ich kann es, ich kann es verstehen, dass man, dass man ein Hochtechnologieland wie Südkorea nicht unbedingt mit, ähm, dritter Weltstaat Deutschland vergleichen kann. Ja. Ähm, aber zwei Flächenländer, zwei benachbarte Flächenländer in Europa sollte man da vergleichen können. Und da schneidet Frankreich, was Internet angeht, deutlich besser ab. Ja. Und viele andere Länder eben auch, ne. Wenn du nach Norden guckst zum Beispiel, wo das Internet natürlich auch zugegebenermaßen deutlich wichtiger war in den früheren Jahren, ähm, die sind alle deutlich besser ausgebaut. Ja. Das gleiche wie, ähm, genau das gleiche ist hier mit Kreditkartenbezahlung. In Frankreich halt, da kannst du deinen Kaffee für 80 Cent mit der Kreditkarte bezahlen. Mit, mit NFC bezahlen ist dort halt alltäglich. Ja. Und das, in Deutschland kommt das ja jetzt auch so nach und nach, aber. Ja. Ähm, da versuchen sie dann eher noch eine neue NFC, äh, Girokarte einzuführen, statt einfach die, statt einfach die Kreditkarte zu akzeptieren. So ein Quatsch. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass dieses Jahr nun endlich Apple Pay kommt. Also das, äh, zeichnet sich ab, dass das passieren könnte. Es gibt deutsche Infoseiten oder so sind geleakt worden, also, ähm, zumindest in einem deutschsprachigen Reich, äh, deutschsprachigen Reich, ja. Äh, Land könnte das, also ich habe an Österreich gedacht daher, ähm, könnte das durchaus passieren. Ja. Mal gucken, also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich meine Bank dafür wechseln würde, aber ich würde sicherlich ein Zweitkonto, aufmachen bei einer Bank, die Apple Pay unterstützt und würde dann regelmäßig da Geld hinschicken und von da aus bezahlen. Ich hoffe einfach, dass eines meiner drei Konten das dann unterstützt und dann würde ich alles darüber regeln und die anderen dann nach und nach abstoßen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, Arne, wir werden uns, äh, im nächsten, nächste Woche wahrscheinlich wieder sehen über, über unsere Verbindung hier. Okay, genau. Ähm, und ihr lieben Hörer, ihr werdet uns dann wieder hören können. Richtig. Nicht sehen. Genau. Es sei denn, wir machen ein Foto. Oder ihr kommt uns besuchen. Ja. Gut. Alles klar. Schöne Woche euch. Schöne Woche. Bis denn. Bis denn. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.